So, Margot, bist du jetzt auch schon da? Ja, Margot ist da, aber im Gegner-Team. Irgendwie habt ihr keinen Jet, oder? Also ich glaube, ich werde jetzt hier auf dem Meer ziemlich schlecht sein. Erstens, weil ich sie nicht kenne und zweitens, weil hier ist das Feld zu offen. Ich bin mehr so in geschlossenen Räumen. Deswegen überlege ich gerade, was nehme ich mal mit. Ich glaube, ich gehe mal als Pionier raus. Mit der Smoth. Und nehme ich mal Munition mit. Allt, finde ich schwer, es ist mit dem Ding zu treffen. Soviel zum Einmal-Anfliegen und ich bin ja der Überskiller und... Äh, ne, der ist gerade kein Tank da. Ich fliege gerade die Dinger an, die Inventaristen. Der Jet will sie irgendwie auch nicht zeigen. Alter, wie ganz so sind die Dinger? So, da ist der Jet. Wo ist der Jet? Jet? Was ist mit meinem Sound hier los? Mal leise, mal laut hier? Ist mir irgendwie immer noch zu laut. Was geht denn ab? Oh, wir haben ja schon, ähm... Platt gemacht. Wir haben beide Platt gemacht. Alter. Hab ich mal Lockout verpasst hier? Genau. Drückt mir die Sniper an den Arsch. Spast. Aua. Lauf. Stell jetzt hab ich ja gemütlich mit mir bei. Oh, fuu. Oh Gott, Laterne. Oh, ist wirklich knapp. Ich geh mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Wir haben einen feindlichen Panzer gesichtet, der zu euch unterwegs ist. Halte die Augen offen. Oh Gott. Wir haben einen feindlichen Panzer gesichtet. Das fliegt so, guck, der ist richtig dämlich zu treffen. Ich sagte, du sollst den Jet zerreiben. Ich arbeite dran. Hä? Geht kaputt, du Zaun. Mann. Können wir mal für die Richtung entscheiden. Jetzt überhole ich ihn. Aber. Fahrzeug ist zerstört, ey. Das ist aber fett. So, Panzer weg. Auch wenn ich bloß einen Schuss habe hier im Grunde war, aber ja. Hauptsache weg der Scheißteil. Wie blinkt schon, Alter. Wie kommen die denn hier so schnell dahin, ey? Bin ein bisschen lachmarschig hier auf der Map irgendwie. Hab da auch keinen Spinnen drin. Schön, dass Bild schon scharf ist. Ja, ne? Mach mal fett. Habt ihr auch einen Elber, einen Sechster, einen Eins- und einen Zweifer bei euch im Team? Alter, der Zitat von nicht. Das muss natürlich nicht heißen. Also ich hatte auch schon saugute Low-Leveler im Team. Aber bei mir zum Beispiel als ich nicht so, ne? Da war ich sauschlecht von daher. Also richtig sauschlecht. Ich hab total Schiss. Okay, das ist dieselbe und tot. Ja, also irgendwie wird die alle zu schnell. Ich bin es auch nicht. Ich schaffte ja nicht mal bis zu den Funkstationen vorzukommen, da sind die schon fast tot. Ja, die sind tot. Ich laufe immer von Funkstation zu Funkstation, komm mir nicht da, ist die tot. Weg. Zersprengt. Ich glaub, die Röder werden 0 zu 0 beenden, weil hier einfach kein Klimafall, die alle aussteigen. Komm, ich bin ein Kill. Dankeschön. Gib mir ein Kill, gib mir ein Kill, gib mir ein Kill, gib mir ein Kill. Oh, aber... Ich wurde beschossen. Glaubt man nicht? Ich wurde beschossen. Bist du nehm, Jett? Sneaky mode activated. Nee. Ich... Ach, dahinten muss ich hin. Ja, locker. Ich laufe mal locker so 500 Schritte. Ist voll okay. Das ist der Meter, aber egal. Dafür haben wir auch Fahrzeuge. Ich mach ja auch Meter-Schritte hier. Boah, wie weit die Punkte hier auseinander sind. So ein Riesen-Map, ich weiß aber. Ich mach mal. Warum kreist du unter mir rum? Hab kein Problem damit, hier die ganze Zeit im Kreis zu fliegen. Was macht ihr denn hier? Wer kreist? In dem anderen Jet ist Markus oder was? Ja. Die Jets sehen voll lustig aus. Die sehen aus wie so ne früheren Flieger, noch mit so nem Rotor vorne dran, irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, wir haben auch keine Rotoren. Hä? Was ist denn diese Funktationen? Stehen wir bei denen schon in der Base, oder wat? Oh, da kommen unsere Fahrzeuge. Hier! Nimm mich mit! Hier, Potter! Nimm mich mit! Ja, danke. Warum? Zur Hölle. Ich hab' mich sehr empfohlen. Oh, ich hab' schon wieder voll hell. Und so er hat er dann gefällt. Hä? Wie siehst du mich da dauerhaft an? Nimm mich. Ich seh' auch von was an. Ey, es ist anscheinend ein Bug, weil ich höre einfach nur drauf fürs Piepen. Ja, ne? Ich auch. Ja, also Markus, deine Sache, bin ich. Ich dachte, ich stresse mal ein bisschen. Hab' grad eh nichts zu tun. Oh, da ist A! A ist scharf. Oh, ich hab' da. Oh, ich hab' besnipet. Oha. Oha. Ach, das wird mir zu dumm. Ach, das wird mir zu dumm. Ab, ey. Ach, das sieht gleich durch. Ich hab' keinen Kill. Boah, ich hab' Seil und Schreiber 274 Punkte in der Runde. Das ist ja... Geil. 0 zu 4 oder was ich da gerissen habe. Ich hab' 0 zu 0. Aber jetzt müsste eigentlich ein Kartenwechsel kommen. Ähm, ja. Wieso? Rückrunde kommt dann? Achso, ne, die habt ihr ja gespielt. Ne, die war ja letzte Runde. Achso. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier... Achso. Wie spät haben wir's eigentlich gerade? Hat jemand ne Uhr zufällig gerade an? 17.38. Oh, Mensch. Ich muss noch die Einleitung für eine Erörterung schreiben für morgen, Mensch. Richtig geil, sag ich euch. Richtig geil. Ja, wir haben heute Erörterungen im Test geschrieben. Oh, oh Mensch. Das war der Dreck. Sag mal, Markus, habt ihr auch eure Vorprüfungen als Klassenarbeiten gewertet? Mhm. Boah, habt ihr die überall geschrieben? Schreibt man die überall? Mathe und Deutsch. Achso, Englisch nicht, ne? Gut. Nein. Metro, euer Ernst? Ach, nö. Ich dachte, jetzt können wir mal ein paar andere Rips spielen. Ja, danach komm an, du Mops. Also, losch ich mal schnell durch. Ja, aber mal so locker. Ähnlich beim letzten Mal. So, vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal, dass wir alle drei hier im Team sind. Irgendwann. Ich kann Markus rüberkommen. Kannst du rüberkommen, Markus? Oder wir zu ihm. Wenn ich aus dem Ladewildschirm rauskomme, dann kann ich euch das sagen. So, ich spiele jetzt... Na komm, nehmen wir mal die AIK. Ah, ich... Ich meint. Es ist... Die AIK ist immerhin keine... M16 A3. Ja. Na, puh. Ach, ich bin... Ich bin Angreifer, ach so. Ach so. Ja, ja, dann bin ich halt Angreifer. Von dem schönen Schalldämpfer mit. Ja, stimmt. Ein Schalldämpfer ist hier voll schlau. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn bei uns? Das muss nur noch an Scott kommen. Okay, wenn ich sterbe... Das wird wohl sehr bald passieren, weil Sniper sind nicht weit. Sneaky Mode activated. Scheiße. Zu spät. Fuck. Und jetzt weiß ich mir, mal mal zuschauen, wir hatten in einer letzten Folge oder in einer dieser, keine Ahnung, wann das ist, schon mal die Dau, jetzt nehmen wir mal den Mörser, weil er so lustig ist. Ja, ich will einmal mal gucken, weil da rumcampen mache ich zwar auch, aber scheiße. Boah, jetzt schauen wir mal hier. Hat er... Wer... Wer... Mörserst du, Markus? Nein. Ich bin im Ladebildschirm in den... Markus, warum zu mir leuchtet denn so flamm? So, jetzt ist der Doppelmörser angesagt. Warum kann ich mein Ding hier nicht platzieren? Weil du noch nicht weit genau vorm Spawndeck bist. Aber hier steht doch einer genau vor mir. Ach, der ist genau an der Grenze gegangen, was? Ja. Ja, weil ich schon fast daneben stand, das hätte ich gedacht, hä, was geht denn hier? Mann, jetzt komm doch mal aus dem Arsch hier. Stresst. Aua. Okay. 31 Schützen ist eindeutig zu wenig. Moment. Oh, krass. Schnapp dir die Kugeln, Mann! Jetzt habe ich es schon wieder aufgenommen. So. Bei uns sind keine Spieler an der Front. Mir wird kein Insidergegen auf der Karte angezeigt. Was geht denn hier ab? Ah, die haben keinen Boxen vordringen. Au. Ich habe dich gesehen, du kleine Nudel. Wolltest du mich wechsnacken, ja? Aber nicht mit mir! Nicht mit... Oh, was ist denn, Feind? Nein. Oh. Das ist wie der Paranoid hier. Hier, deine Kugeln, Mann! Jo. Was machst du da mal? Boah, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt seine fette Mörser in den Schritt. Ich habe einen Sackschutz an, das denkt uns nicht mehr. Ah, achso, okay. Ja, der hält beim Mörser natürlich stand, wie wir wissen. Ist ja immer so. So, komm, jetzt stelle ich meinen, meinen Abschussteil hier nochmal auf. Schauen wir mal. Wie, wie, wie wechselt man zwischen Dings und Dings? Brauch keiner, also? Oh, ich habe jemanden getötet. Habe mal gehört. Au! Bumm. Man sieht nur so die gleiche Perspektive. Ich schnick euch hier von hinten weg. Ich heiße Moko-Wäsch. Okay, lasst mir das mit dem Mörser. Oh, Mensch. Du hast geladen. Hammergeil. So, wo ist denn jetzt hier die... Oh, komm, wir nehmen mal die M416. Mit der habe ich hier früher fast nur gespielt, könnte man sagen. Ich dachte, den habe ich noch so drauf. Schalldämpfer habe ich hier noch drauf. Oh, ich habe sogar eine Tarnung dafür. Eine Fliegertarnung. Hammergeil. Ich glaube, dann nehme ich tatsächlich mal den Schalldämpfer hier mit. Und was haben wir hier noch? Munition hat da Marius schon bei. Ey, da Markus, nicht Marius. Und, ähm, niederhalten. Sprinten nehmen wir nochmal mit hier. So, schauen wir mal. Achtung, der Feind hat die Sprengladung entschärft. Sie muss resetet werden. Sie muss resetet werden. Keiner verdammte Waffenschalldämpfer. Ich finde das hier viel zu offen, ey. Aua, sah ich ja. Lauf mal einer vor, bitte. Ich habe Angst. Da hat jemand mit einem Bogen auf mich geschossen. Ne, es ist gar kein Bogen. Es ist eine Armbost. Aber real. Ach, von hinten. Hier verrecken die Teammates und was macht ihr? Ich stehe. Kommt noch einer. Hinter der Wand ist noch einer. Au. Ich habe ihn. Jetzt bin ich dir doch wieder hier, du Nudel, du. Jetzt bin ich mir wieder. Ich kann mich nicht wieder benehmen. Ich bin Sanitäter. Brauchst du den Platz? Ah, belebe ich einen nicht wieder. Oh, SKS. Komm, das schaffen wir hier. Aua. Alter, das sind ein paar. Da steht einer unter der Brücke. Aua, Aua. Genau. Jetzt werde ich hier ständig von der M16 A3 gekillt. Jetzt weiß ich mal, wie scheiße das hier eigentlich ist, ja? Fickt euch doch alle ins Knie, schalalamm. Was ist jetzt hier einer, tut uns hin? Oh, da war ein X-Boar. Wie geil war das denn? Der war schon fast tot. Mann, Mokovic. Genau, oder wie schnell lädt der denn das Ding nach? Na, die M16 lädt richtig schnell nach. Ja, das ist wirklich eine ziemlich overpowerte Waffe, muss man mal sagen. Die hat kaum irgendwie einen Nachteil. Okay, na gut, auf Distanz kommt immer drauf an. Man kann auch gegen das Distanz töten mit der Waffe. Schauen wir mal. Ey, wir schaffen uns das Scheißding die Schaft zu machen. Jetzt sprint ich mal durch. Ja, snipet er mich mit dem X-Boar. Genau, die Granate liegt auf dem Ding. Ja, das gibt's doch. Ja, das gibt's doch.